Guten Morgen! Guten Morgen! Wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem Flughafen in Kuching und warten jetzt auf unseren Flug nach Kota Kinabalu. Und von dort aus fliegen wir dann nach Sanderkahn. Das heißt, wir sind heute einen halben Tag unterwegs oder eher gesagt, wir kommen am Abend erst in Sanderkahn an. Und ja, wir haben uns jetzt eine Kleinigkeit hier geholt und der Steffen erzählt euch mal, was das ist. Genau. Ein Watermelon Juice, also Wassermelone. Sehr schmackhaft. Ich habe einen Rote-Bohnen-Juice, also mit roten Bohnen, aber die sind sehr süßlich. Also man kann das echt trinken. Ich habe mir das ein bisschen exotischer vorgestellt, aber so ist es ja auch sehr, sehr nett. Schmeckt eigentlich ganz gut. Und hier haben wir einen Pinak, da haben wir schon mal abgebissen eben. Das ist außen ganz pink, innen weiß und wird auf dem Blatt serviert. Wir können bloß nicht genau sagen, was es ist. Es ist ganz teigig. Geschmackslos. Geschmackslos und... Aber sieht lustig aus. Sieht lustig aus, ja. Das muss man echt sagen. Dafür ist es das wert. Genau. Ich bin lustig aus. Ich bin lustig aus. So, wir sind jetzt endlich angekommen in Ossmans Homestay und bereiten jetzt hier gerade unsere Sachen vor für die erste Bootstour. Steffen hat sich hier schön ausgebreitet. Genau, und jetzt geht es gleich los und wir sind schon richtig gespannt und freuen uns ganz doll und hoffen auch, dass das Wetter mitmacht, denn es gewittert ganz schön doll im Hintergrund und es hat auch geregnet die ganze Zeit, also wir hoffen, dass es gleich trocken ist, wenn wir losfahren. Endlich waren wir genau an dem Ort wieder zurück, nachdem wir uns so lange sehnten, an Borneos längsten und wahrscheinlich wildesten Fluss, dem Kinabantangan. Und der Kinabantangan ist ein wirklich sehr guter Ort, weil man viele verschiedene Tiere sehen möchte. Das Ganze hat leider auch einen sehr faden Beigeschmack, denn man sieht die Tiere auch nur so gut, weil sie letztendlich sehr wenig Lebensraum hier zur Verfügung haben. Denn links und rechts des Flusses gibt es sehr viele Palmölplantagen, dadurch wurde natürlich, um Platz für die Palmölplantagen zu schaffen, der Regenwald abgeholzt und somit können eben die Tiere nur an den schmalen Flussstreifen, der noch zurückgeblieben ist, entlang gehen und sich dort ihr Futter suchen. Trotzdem ist es ein hervorragender Ort, um viele verschiedene Tiere zu sehen und deswegen steuerten wir zusammen mit unserem Guide Osman und einigen anderen Touristen auf eine Palmölplantage zu, denn Osman hatte gehört, dass sich dort einige Elefanten aufhielten. An diesem Tag sollte es auch gar nicht so schwierig sein, die Elefanten zu finden, denn der ganze Weg war voller Kothaufen und somit mussten wir dieser Spur nur noch folgen. Osman erzählt dir gerade, dass ungefähr 80 Elefanten in diesem Teil der Plantage unterwegs sind und schon sahen wir auch immer die ersten Elefanten zwar noch weit entfernt und so ein bisschen versteckt unter den Palmen, aber immerhin die ersten Elefanten haben wir gefunden und somit mussten wir der Spur einfach nur weiter folgen. Und wenn mit bloßem Auge nichts zu entdecken ist, weiß Osman einen Rat und zwar kann man die Elefanten natürlich auch einfach rufen. Und ab und zu, wenn man etwas Glück hat, antworten die Elefanten auch recht schnell. Osman's Trick hat gut funktioniert, denn wir sahen plötzlich sehr viele der grauen Riesen, wobei Riesen eigentlich das falsche Wort ist, jedenfalls wenn man in Elefantengrößen rechnet. Denn der Borneo-Zwergelefant, der ist lediglich 2,50 Meter groß und damit durchaus noch das größte Tier auf Borneo, aber für Elefantenverhältnisse ist er wahrlich ein Zwerg. Und genauso wie viele andere Tiere auch hier auf Borneo ist der Zwergelefant vom Aussterben bedroht. Schätzungsweise 1000 bis 1500 Tiere streifen hier noch durch den Dschungel und sollte die Zahl noch weiter nach unten gehen, wäre das natürlich eine ganz schöne Katastrophe. Denn man weiß noch wirklich nicht viel über die Pygmy-Elefanten, warum sie beispielsweise nur im Nordosten der Insel vorkommen und die gänzliche Abstammungsgeschichte, die wirft noch viele Fragen auf. Grund für die Gefährdung der Zwergelefanten von zahlreichen anderen Tieren und natürlich auch von Menschen ist letztendlich das Palmöl, denn der Regenwald wird abgeholzt und die Palmen werden angepflanzt, sodass zwar Palmöl in die ganze Welt exportiert werden kann, aber die Tiere und natürlich auch viele Menschen ihre Heimat verlieren. Palmöl wird in Zukunft ein großes Thema auf unserem Kanal sein und wenn du möchtest, können wir gemeinsam schauen, wie man einiges zum Schutz der Tiere beitragen kann. Zum Schluss kommen noch einige Szenen, die zeigen, dass man Elefanten auch nicht unterschätzen sollte, denn Osman sagt uns gerade, dass das ein sehr aggressiver Elefantenbulle ist, von dem man sich besser fernhalten sollte. Dumm nur, dass dieser indonesische Plantagenmitarbeiter unbedingt ein Foto mit dem Handy machen wollte und dem Elefanten einfach viel zu sehr auf die Pelle rückte. Und so konnte er nur Reiß ausnehmen, was auch eigentlich keine gute Idee ist, denn Elefanten laufen viel schneller als Menschen und somit kann es durchaus sein, dass man einfach überrannt wird. Glücklicherweise hatte dieser Bulle eigentlich gar nicht so richtig große Lust und joggte dem Plantagenmitarbeiter einfach hinterher, sodass er letztendlich von Osman abgebremst wurde und Osman den Elefantenbullen erstmal vertreiben konnte. Doch der Bulle wollte nicht aufgeben und folgte uns immer weiterhin, sodass Osman versuchte, den Bullen weiterhin zu vertreiben. Er hatte nämlich Angst, dass der Bulle uns weiter erfolgen würde bis zu der Siedlung der Plantagenmitarbeiter. Die hatten uns nämlich erzählt, dass am Abend der große Chef der Plantage kommen würde, um mal nach den Rechten zu schauen und dann könnte es durchaus sein, dass dem das überhaupt nicht gefällt, dass die Elefanten in der Plantage umherlaufen. Denn so große Tiere wie die Elefanten, die machen natürlich auch ab und zu ein bisschen Schaden in der Plantage. Wer kann es ihnen auch verübeln? Es ist ursprünglich ihr Lebensraum. Es kommt jedoch leider genau aus diesem Grund regelmäßig zu Vergiftungen bzw. zu illegalen Abschüssen von den geschützten Elefanten. Und solche Szenen sind natürlich nicht zum Nachahmen geeignet. Sowas kann man nur machen, wenn man auch mit Elefanten groß geworden ist. Osman kennt sich bestens mit Elefanten aus. Er hat sogar zwei Elefantenjungtiere vorm Ertrinken gerettet und konnte somit das Vertrauen der Elefanten ein wenig gewinnen. Allgemein ist Osman nicht einfach nur ein Guide der Touristen zu den Elefanten oder zu anderen Tieren führt, sondern er liebt diese Tiere, er liebt die Natur am Kinderbantagan und er versucht auch, sein kleines Paradies dort vor Ort zu schützen. Zurück ging es direkt durch die Siedlung der Plantagenmitarbeiter und wir konnten uns mal anschauen, wie diese Mitarbeiter dort zu leben. Es sind wirklich sehr einfache Verhältnisse und die Arbeit auf der Plantage ist auch ein wahrer Knochenjob und viel Geld zu verdienen ist dort auch nicht, denn das meiste Geld, was natürlich mit dem Palmöl verdient wird, verdienen letztendlich die großen Firmen, die dafür sorgen, dass das Palmöl in die ganze Welt verkauft wird. Wir hoffen, dass wir dein Interesse für die Borneo-Zwergelefanten wecken konnten oder vielleicht sogar generell für die Insel Borneo, denn unser Herz haben wir schon längst an diese tolle tropische Insel verloren, in der es wirklich wahrlich sehr, sehr viel zu entdecken gibt. zur Brüten